Hallo und herzlich willkommen zu einem Sprint to Glory mit Alemannia Aachen mit dem kleinen Twist, dass Jan Schlaudraff dabei ist. Ich bin ehrlich, ich bin kein Alemannia-Aachen-Fan und ich habe Aachen nur in Erinnerung damals, als sie in der Bundesliga waren mit Jan Schlaudraff oder damals, als sie von Diego dieses unglaubliche Gegentor bekommen haben. Und deswegen dachte ich mir, ich erstelle Jan Schlaudraff hier und packe ihn ins Team und versuche mit Alemannia Aachen so schnell es geht die Champions League zu gewinnen. Das wird glaube ich ganz schön schwer. So Leute, die Transferphase ist jetzt eigentlich rum. Ich kann euch eigentlich nur zeigen, dass ich keinen dazugeholt habe tatsächlich, sondern ich habe jetzt auf den Jugendscout gesetzt, habe einige Spieler verkauft, den Kader so aufgestellt, wie es meiner Meinung nach am besten ist. Mal sehen, wie es läuft, mal sehen, was wir so für Jugendtalente kriegen vor allem und ob sich das auszahlt, bin mir sehr unsicher. Aber das ist mein erster Sprint to Glory, deswegen probieren wir es einfach mal so. Das Geld hatten wir dazu. So, das erste Halbjahr ist um und wir sind einfach auf Rang 9. Das ist nicht ganz so geil, muss ich sagen, dafür, dass wir so einen richtig guten Stürmer vorne drin haben. Aber wir sind jetzt nicht mega weit weg von Chemnitz. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass der fucking Jan Schlaudraff hier scheinbar die ganze Zeit Stress macht und mehr Geld will, der Penner. Ja, und das muss jetzt angehen. So Leute, die Winterpause ist vorbei und es läuft bisher dramatisch schlecht. Wir haben jetzt aber den ersten Jugendspieler hier in unserer Mannschaft, Klein heißt der. Da war eigentlich ZOM, habe ich jetzt zu einem LM gemacht, hat eine 65 mit 16 Jahren. Also der kann eigentlich nur explodieren. Ich versuche jetzt noch einen freien Torhüter zu holen, damit wir vielleicht ein bisschen besser performen in der Simulation. Denn guckt euch das an. Rang 14 einfach aktuell. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, vor allem mit so einem 73er Schlaudraff vorne drin. Ja, Linksverteidiger ist natürlich schwer, aber trotzdem, das hätte ich nicht erwartet. Und ich hole Carlos Acevedo von den freien Spielern und es ist ein bisschen OP, denn er hat eine 78 oder 76 oder sowas. Das ist für eine vierte Liga halt geisteskrank. Aber so ist das nun halt. So, das erste Jahr ist rum und es hat tatsächlich nicht geklappt mit dem Aufstieg. Wir sind auf Rang 9. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das nächstes Jahr schaffen können. Münster, Cottbus, Haching und Jena steigen auf. Bei uns kommen halt jetzt langsam die ganzen Jugendspieler nach. Wir gucken uns mal kurz die Mannschaft an hier. Schlaudraff auch eine 76. Klein ist der neue Mann. Auf einer 65 hat sich nicht weiterentwickelt. Was soll die Scheiße? Und das in einem halben Jahr. Ich denke mal, in der neuen Saison müssen wir auf jeden Fall die Verteidigung ein bisschen verstärken. Das ist wahrscheinlich noch der Schwachpunkt, aber dann sollte es gut gehen. Bester Torschütze ist Jens Schlaudraff mit 19 Toren und 4 Vorlagen. Ist aber gar nicht so krass, wie ich erwartet hatte, wenn ich ganz ehrlich bin. Klein in zwölf Spielen, nur mit einer Vorlage. Da muss ich mal ein bisschen Maus annehmen. Das hier ist übrigens unsere Jugendakademie. Also wir haben schon ein paar Leute, die definitiv was werden können. Werd dann einige Mal hochziehen und wir gehen einfach in die neue Saison und schauen, was wir machen. Die zweite Sommertransferphase ist um. So sieht der Kader aus. Wir haben eigentlich nur einen Linksverteidiger geholt und zwar den Klaas hier. Und nein, nicht der von ProSieben. Und fucking Jens Schlaudraff hat sich einfach für drei Monate verletzt. Und seine Werte sind ganz schön krass, muss ich sagen. Ja, müssen wir jetzt erstmal ohne ihn auskommen. Ich habe die ganzen Jugendspieler verdient, außer ihn hier. Ihn habe ich nicht losbekommen. Ach, ihn haben wir auch noch geholt. Bianchi, das war ein freier Spieler. Und Scarpeta, ebenfalls von den freien Spielern, damit die Verteidigung mal ein bisschen besser aussieht. Wenn wir damit nicht aufsteigen oder wenigstens da eine Rolle spielen, dann weiß ich auch nicht mehr. Zudem habe ich hier wieder Jugendscouts losgeschickt nach Österreich, Deutschland und Kroatien. Da werden wir sehen, was dabei rumkommt. Ich würde sagen, wir gehen weiter. So Leute, das nächste Halbjahr ist rum und wir tun uns immer noch schwer. Es ist ganz eng da oben. Aber trotzdem, ich verstehe nicht, wie man mit diesem Kader nicht auf Rang 1 stehen kann. Also erklärt mir das. Guckt euch das an. Hier, Jan Schlaudraff. Okay, der hat scheinbar nicht gespielt. Aber allein wegen dem Torwart, allein mit der Innenverteidigung, mit der Verteidigung allgemein, mit den Jugendtalenten hier, das macht gar keinen Sinn, dass das nicht funktioniert. Ich gucke mal, was ich im Winter sogar für Transfers tätigen kann. Keine Ahnung. So, die Saison ist vorbei und ihr könnt vielleicht schon sehen, dass die Ergebnisse besser waren. Und ich habe es zwischendurch schon gesehen, man steigt tatsächlich auf zum Glück. Ich hätte mich auch gewundert mit diesem Kader hier. Da sind inzwischen auch einige Talente wieder zurückgekehrt. Jan Schlaudraff hat sich schon wieder verletzt. Kreuzbandriss, der hat sich doch in echt auch relativ häufig verletzt. Oder bin ich gerade bescheuert? Naja, auf jeden Fall steigen wir mit diesem Kader in die dritte Liga auf. Und das war auch bitter nötig. Also wirklich, das wäre peinlich gewesen, wenn nicht. Im Team of the Competition ist unser Keeper. Das ist schon mal gut. Besser Torschütze ist Janik Mauser. Hat sich auf einer 71 entwickelt inzwischen. Timo Wagner mit 15 Toren und 8 Vorlagen. WTF, den habe ich zum Winter erst geholt oder so. Junge, richtig krass. Plus 11. Bapo dann noch richtig stark. Leon Schneider auch. Plus 13. Den hatte ich ausgeliehen und wieder zurückgeholt. So können wir gerne in die neue Saison gehen. Jan Schlaudraff auf einer 78. Fällt inzwischen gar nicht mehr so krass auf. Die Transferphase in der dritten Liga ist vorbei. Und so sieht die Mannschaft aus. Mauser ist immer noch da. Sonst eigentlich viele, viele Jugendspieler hier in der Mannschaft. Die Verteidigung sieht mit am schlechtesten aus. Da haben wir noch Eze dazu geholt. Außerdem habe ich hinter Müller noch den jungen Nowak hier geholt, der eigentlich mehr spielen sollte, weil der halt noch jung ist und sich dann entwickeln kann. Wir gucken mal, wie das erste Jahr in der dritten Liga läuft. Ich hoffe, wir steigen direkt auf. Alles andere wäre ein bisschen bitter. Vor allem mit dem Team muss es eigentlich drin sein. Das ist fast ein 2. Liga-Team. Wir gehen weiter. So, wir sind in der dritten Liga auf Rang 4. Warum ist der Grün gekennzeichnet? Verstehe ich nicht ganz so. Für die erste Saison ist das eigentlich ganz wild. So sieht das Team aus. Fast alle auf R70. Bester Torschütze ist weiterhin Timo Wagner, der ZM. Was auch immer mit dem verkehrt ist gerade. Jan Schlaudraff schafft es auf sechs Toren, zwei Vorlagen, was relativ schwach ist. Und Wagner ist auch besser Vorlagengeber. Also ist geisteskrank, was hier mit dem los ist. Was ist bei Schneider das Problem? Sperrt oder was? Ich glaube, das ist gesperrt gerade. Naja. Die Saison ist vorbei und wir haben es tatsächlich noch geschafft auf Rang 1 zu springen. Steigen als Erster auf in die zweite Fußball-Bundesliga mit dieser Mannschaft. Alles andere wäre aber auch wirklich, wirklich komisch gewesen. Jetzt müssen wir uns vielleicht langsam auch mal nach einem neuen Stürmer umsehen. Statt Mause. Die meisten Tore erzielt tatsächlich unser ZM mit 23 und bereitet 10 vor. Jan Schlaudraff hat 15 Treffer gemacht und drei vorbereitet. Bester Vorlagegeber ist Lias Schneider. Ich bin ehrlich, mit dem Team sollte man eigentlich auch in der zweiten Liga direkt weiter aufsteigen. Mal gucken, was wird. Wir sind in der zweiten Bundesliga und Fener Barget bietet einfach 95 Millionen für Jan Schlaudraff. Come to Fener. Ne, Mann. So, Leute, die nächste Transferphase ist vorbei. Wir sind in der zweiten Liga. So sieht aktuell der Kader aus. Die Jugendspieler entwickeln sich sehr, sehr gut. Verteidigung ist noch ein bisschen kritisch. Also Vedo im Tor carried natürlich. Ich habe auch ein paar Jugendspieler im Tor verliehen. Vorher haben wir einen neuen Van Dijk. Van Dijk einfach als Stürmer neben Schlaudraff. Und wir gucken mal, wie es jetzt das nächste halbe Jahr laufen wird. Man sieht, der Kader ist um einiges voller. Ich habe nicht alle Jugendspieler wegbekommen. Das könnte noch ein Problem sein. Aber wird schon irgendwie. Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, wir nehmen die zweite Liga komplett auseinander. Aber wir sind nur Vierter, haben sogar vier Punkte Rückstand auf Rang 3. Bielefeld ist Erster. Was ist da denn los? Hier ist nicht mal so ein richtiger Top-Club drin wie der HSV oder Schaiko oder was auch immer. Die zweite Liga ist einfach unberechenbar. Habe ich in meiner Lok Leipzig Karriere auch immer wieder gelernt. Und hier seht ihr das Team. So haben sich die Leute entwickelt. Wir gehen mal in die Teamzentrale. Das Tor hat weiterhin Timo Wagner. Jad Schlaudraff ist in seinem Schatten. Hat aber inzwischen eine 85er Gesamtstärke. Ja, irgendwo hapert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich kann jetzt mal wieder einen linken Mittfeldspieler zurückholen. Weil irgendjemand wird wohl besser sein als Bapo, soweit es mir tut. Aber der hat sich stark entwickelt, muss man sagen. Auf eine 75? Nicht schlecht. Aber das war es jetzt mit ihm. Wir holen Guilherme Gomez zurück oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Hat eine 77, wird also auf dem linken Flügel seinen Spaß haben. Wir sind am Ende der ersten Saison in der zweiten Liga und wir sind nicht aufgestiegen. Wir sind auf Rang 4. Arminia Bielefeld vor uns, dann Bochum und so weiter und so fort. 67 Punkte am Ende. Besser Vorlagengeber ist Lias Schneider mit 8 Vorlagen, was nicht so stark ist. Das hier ist das Team of the Competition, wo einige Spiele von uns drin sind, aber es hat trotzdem nicht gereicht zum Aufstieg. Was ich extrem bitter finde. Die meisten Tore macht wieder mal Timo Wagner. Der Mann performt einfach ohne Ende. Jan Schlaudraff mit den zweitmeisten Toren, dann Van Dijk mit zwölf Toren, dann Lias Schneider. Aber irgendwas stimmt hier vorne nicht so richtig. Irgendwas performt nicht so. Ich weiß nicht, was es ist. Wo ist denn der, den ich von Laia zurückgeholt habe eigentlich? Sag nicht, der hat null Einsätze. Null Tore, null Vorlagen, aber eine 78er Gesamtstärke. Das muss mir mal erklären. Hast du weh, du einfach mit zwei Vorlagen? Der wird jetzt aber langsam auch ein bisschen älter. Also 30 Millionen in der zweiten Liga ist schon ein bisschen heftig, aber gut, kann ich gerne ausgeben. So ist nicht. Nächste Transferphase ist um und unser Team ist eigentlich ein Team, was so um die Europa-League-Plätze mitspielen könnte, finde ich. Mitglied Brauns ist, habe ich geholt vom HSV. Da haben wir noch Nowak und Müller. Und Noah Katterbach habe ich ebenfalls geholt. Dahinter halt Ezee. Vielleicht wäre ein neuer Innenverteidiger gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht mache ich das sogar noch. Sonst, Wagner entwickelt sich richtig gut. Schmidt, Braun, Schneider, Van Dijk und Schlaudraff mit einer 87. Wir gehen rein und hoffen, dass es dieses Jahr was wird. Die zweite Liga ist verrückt. Und dass wir ihn hier verkaufen, ist extrem wichtig, weil sonst wären wir komplett handlungsunfähig gewesen. Hätten keine Jugendspieler mehr oder irgendwas holen können. Denn ich habe Jägel von RB Leipzig noch geholt. So sieht die Mannschaft jetzt aus. Wenn wir damit nicht aufsteigen, weiß ich auch nicht weiter. Und trotz diesen Spielern sieht es in der Liga so aus. Wir sind auf Rang 3. Schalke und Union sind besser als wir. Es macht vorn und hinten keinen Sinn. Überlegt euch das mal. Guckt euch das hier an. Das ist krank. Die Saison ist zu Ende. Ich habe gar keine Ahnung, was passiert ist. Ich sehe hier nur einen 4-1-Sieg und eine 1-0-Niederlage gegen Dresden. Und es geht in die Relegation. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit Schalke und Union los? Warum sind die besser als das? Also mal wirklich, der hat eine 85, unser Keeper alleine. Dann Schlaudraff mit einer 89. Braun mit einer 83. Schneider mit einer 83. Wagner mit einer 86. Ich kann das alles nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich nicht. Liegt es daran, dass ich keinen defensiven Sechser habe vielleicht? Wagner hat inzwischen auch 60 defensiven. Muss ja wohl reichen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hinspiel in der Relegation gegen den HSV. 1-0 verloren. Oh, da sind ein paar Jugendspieler weggebrochen. Aber ich hatte eh keine krassen mehr. 30 Millionen Budget. Unglaublicher Kader eigentlich. Reicht scheinbar nicht, um aufzusteigen. Oder? Wir schauen uns das an und gewinnen im Elfmeterschießen gegen den HSV. 5-4 in der Relegation. Hilfe. Boah, was ein Stress. Die meisten Tore hat diesmal Van Dijk gemacht. Dann kommt Jan Schlaudraff. Dann kommt Schmidt. Wo ist denn Wagner hin? 5 Tore, 12 Vorlagen sind diesmal seine Ausbeute. Ja, ist in Ordnung. So, wir gehen ins nächste Jahr rein und spielen endlich Bundesliga. Und mit dem Kader gehen wir in die erste Bundesliga-Saison. Marthorn Dardai ist dazugekommen. Außerdem Poso für die rechtsverteilige Position. Schlaudraff jetzt im Sturm mit einer 90. Und auf der Bank sind noch relativ viele Talente. Sonst aber nichts weltbewegendes. Wir gehen rein. Wir befinden uns in der ersten Winterpause. Die Maus nervt. Und sind in der Liga auf Rang 6. Das ist für eine erste Bundesliga-Saison ganz schön gut. Ich find's aber krass, wie scheinbar echt nur die Defensive eine Rolle spielt. Weil offensiv ist das so krass. Da musst du eigentlich schon um die Champions League mitspielen. Sage ich. Bester Torschütze ist endlich mal Jan Schlaudraff mit elf Toren und zwei Vorlagen. Van Dijk der zweitbeste. Schneider mit fünf Toren und elf Vorlagen. Was ist denn mit Wagner los? Zwei Tore nur. Enttäuschend. Jetzt einfach mal nichts gemacht und hab gesehen, dass die zweite Saisonhälfte echt scheiße lief. Also sehr, sehr viele Niederlagen. Im März 1 Punkt geholt. Also wird wahrscheinlich für Europa gerecht haben, gehe ich mal von aus. Das Sakko ist sogar zerrissen. Junge, Junge, was ist da los? Und man landet am Ende auf Rang 9. Und ich versteh's nicht. Weil guckt euch den Kader an. Die meisten Tore hat Van Dijk gemacht. Hat am Ende noch Schlaudraff überholt, der aber inzwischen eine 92 hat. Also bei ihm geht's komplett ab. Elias Schneider entwickelt sich auch immer besser. Hat 14 Vorlagen beigetragen. Nur der gute Timo Wagner performt dieses Jahr in der Bundesliga überhaupt nicht. Zwei Tore eine Vorlage und ich überleg grad ernsthaft, ob ich mal die Formation ändern soll. Ich weiß ja nicht. Ich glaub, ich werd mal umstellen nächstes Jahr. So, mit diesem Kader gehen wir jetzt in die nächste Saison. Wir haben Richards dazu geholt. Wir haben Kamerad dazu geholt und haben jetzt ein bisschen defensivere Mannschaft zumindest im Mittelfeld und schauen uns das ganze einfach mal anlassen. Die Jungs performen und hoffen, dass wir dieses Jahr in die internationalen Ränge kommen. Und wir sind Erster. 37 Punkte. Spitzenreiter. Das heißt noch lange nichts, aber es lief wenigstens schon mal gar nicht so schlecht. Bester Torschütze ist ja ein Schlaudraff, der inzwischen eine 94 hat. Ich freu mich richtig drauf, den irgendwann mal zu spielen. Van Dijk mit 19 Spielen und 10 Toren und zwei Vorlagen. Pauso einfach als Rechtsverteidiger mit am torgefährlichsten. Auch wieder ganz komisch. Magna kein einziges Tor, aber 8 Vorlagen. Stark. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was tun will. Ich glaub, ich lass das einfach weiter laufen. Und ich bin jetzt extrem gespannt. Ich hab teilweise etwas gesehen, wo es so aussah, als ob wir es botteln. Nee, Rang 4 am Ende. Also komplett gebottelt. Einfach, hä? Digga, da muss man ja sonst was verloren haben. 14 Punkte auf Rang 1, der einfach Bayern 04 Leverkusen ist. Was auch schon wieder, naja. Schwierig, ne? Wir schauen uns die Mannschaft an und sehen einen Schlaudraff mit einer 96. Am Ende macht Jan Schlaudraff die meisten Tore mit 21. Van Dijk mit 16 dabei. Aber sonst haben wir nicht wirklich die Tormaschinen hier drin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Juric hat die meisten Spiele gemacht als Außenspieler. Die meisten Vorlagen Timo Wagner. Und wir gucken, was wir noch machen können. Ich hab Transfers getätigt und die Abwehr noch mal verstärkt. Baldé, Merino und Butcher sind alle neu. Jovanovic ist ein Torwarttalent von uns, was ich zurückgeholt habe. Hat eine 87. Einzige Schwachstelle ist noch Richards. Der hat eine 82. Aber mit dem Team kann man eigentlich auch schon die Champions League gewinnen, finde ich. Wir gehen rein und schauen, wie es läuft. Und man ist in der Liga auf Rang 2. Mit dem Kader finde ich das komplett unverständlich. Aber gut, was werden wir machen? In der Champions League ist es wenigstens das Achtelfinale und Platz 2 in der Gruppe hinter PSG. Man spielt jetzt gegen Manchester United. Und wir gehen einfach ins nächste Halbjahr rein. Ich werde jetzt keinen Spieler mehr holen. Da habe ich nicht mehr genug Geld für. Oh, doch 42 Millionen? Vielleicht doch. So Leute, wir verpflichten tatsächlich einen neuen Innenverteidiger. Micky Van der Waen kommt im Tausch gegen Chris Richards und Geld. Und wir gehen damit jetzt rein in das nächste Halbjahr. Und das könnte es schon gewesen sein mit diesem Video. Denn wir stehen im Champions League Finale, wie man sieht. Gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. Haben wir denn auch die Liga gewonnen? Im Pokalfinale stehen wir übrigens auch gegen den VfB Stuttgart. Haben gegen Bayern gewonnen. Die Bundesliga haben uns aufgeholt. Sind deutscher Fußballmeister. Stehen im Pokalfinale und im Champions League Finale. Und da werde ich jetzt in beiden Spielen reingehen. Wir gucken noch mal kurz, wer so am besten performt hat. Jan Schlaudraff, 36 Tore, 7 Vorlagen. Hat inzwischen eine 98. Von Dijk eine 88. Braun 17 Tore, 21 Vorlagen. Jetzt geht es einfach richtig rund. Junge, Junge. Das Team ist wirklich krass geworden. Und wir schauen uns das dann in den beiden Finalspielen selber an. So gehe ich rein ins Pokalfinale gegen den VfB. Let's go. Das erste große Finale mit Alemannia Aachen gegen den VfB Stuttgart im Olympiastadion DFB Pokal. Gegen Stuttgart habe ich in meiner YouTube-Karriere schon einige bittere Niederlagen kassieren müssen. Ich hoffe mit diesem Team nicht. Wenn es passiert, passiert es. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum Stuttgart so andere Trikots hat, falls ihr meine Karriere nicht verfolgt. Das sind die neuen Trikots für den VfB Stuttgart in meiner Lok Leipzig-Karriere. Da kriegt jedes Team immer neue Trikots. Gegen die Mannschaften haben wir uns durchgesetzt. Und wir gehen rein gegen die Stuttgarter. Let's go. Jetzt haben wir mal Platz. Rüger Wagner, der den Ball wieder kriegt. Erste Chance. Erste Parade auch vom Stuttgarter Keeper. Schlau Draff. Oh, viel zu kompliziert gespielt. Fast ein Eigentor. Das gibt's nicht. Ja, da wird aber nichts draus. Riesengelegenheit für uns. Und Jan Schlau Draff macht ihn dann endlich rein. Der Starspieler dieser Sprint to Glory mit dem 1 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Und nächster Angriff. Wieder Jan Schlau Draff. Der macht ihn nicht rein. Riesenchance. Wagner kriegt ihn nochmal. Vergeben wir. Nochmal Wagner. Und ganz komische Parade vom Stuttgarter Keeper. Wir sind klar überlegen. Schlau Draff auf Van Dijk. Van Dijk läuft durch. Van Dijk mit dem 2 zu 0. Der Mann mit der Nummer 10, den ich von freien Spielern irgendwann mal geholt habe. Mit dem 2 zu 0 für uns hier im Finale. Es läuft sehr gut. Und da ist Jan Schlau Draff. 3 zu 0. 46. Minute durch den Starspieler. Und hier ist es relativ eindeutig. Stuttgart hatte bisher nur eine Chance. Und wir machen unsere Chancen jetzt langsam auch rein. 3 zu 0 zur Pause. Van Dijk. Schlau Draff. Jan Schlau Draff schnürt den Ettrick. Also er macht das, was er machen soll. Tore. Hat sich inzwischen auch extrem entwickelt. Hat aber nie so richtig krasse Statistiken gehabt, glaube ich. Aber hier macht das richtig gut. Zum 4 zu 0 Entscheidung. Das Pokalfinale Gewinn war. Ich zeige euch nur noch, falls wir ein krasses Tor schießen. Schlau Draff überragend. Oh, es wäre so schön gewesen. Schade. Einfach vieler Street gespielt kurz. Die nächste Chance. Jan Schlau Draff. Da scheitere ich noch. Aber dann ist der Nachschluss halt drin. 5 zu 0 Entscheidung. Obwohl die Entscheidung ist schon längst gefallen. Durch Braun. Und ich übertreibe ein bisschen. Und daraus wird auch nichts. Und sie klären. Und das war's. Wir gewinnen 5 zu 0 gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale. Die Jubelszenen hier im Pokalfinale. Wir holen uns den Pott. Das ist der zweite große Titel dieser Karriere. Und jetzt geht es gleich ins Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona. Das wird auch alles andere als easy. Das Team hat sich extrem gut gespielt, muss ich sagen. Wir gehen zur Trophäenübergabe. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Jovanovic, den Torwart, habe ich den nicht im Kader oder warum habe ich jetzt Astervedo spielen lassen. Egal. Da seht ihr Jan Schlau Draff. Ist natürlich ein bisschen eher angelehnt an den jungen Jan Schlau Draff. Kriegt hier den Pokal. Kann ihn in den Berliner Nachtwimmer recken. Allermannja Aachen ist DFB-Pokalsieger. Und wir versuchen jetzt auch noch die Champions League zu holen. So gehen wir rein gegen den FC Barcelona im Champions-League-Finale. im San Siro. Ist gerade aufgefallen, dass ich eine Legende eingestellt hatte. Jetzt nicht mehr. Wir gehen rein. Champions-League-Finale im San Siro. FC Barcelona gegen Allermannja Aachen. Wir treffen auf die Katalanen im San Siro in dem Stadion, was es wahrscheinlich zu der Zeit gar nicht mehr geben wird. Aber naja, wir gehen rein, gucken uns diese wunderschönen Trophäe an und hoffen, dass wir sie kriegen. Alles andere wäre ganz schön bitter. Wir haben uns gegen PSG, Sevilla und Man United durchgesetzt. Erstes Jahr in der Champions League. Ich will es direkt gewinnen. Ah ne, das kann ich euch natürlich nicht zeigen. Champions-League-Kümne mit Hallermannja Aachen, mit dem Champions-League-Logo drauf. Martin Dardai und Co. in der Startaufstellung. Und natürlich auch Klauda vom Tor. Jovanovic ist übrigens nicht mehr da. Den habe ich scheinbar doch nochmal verdient. Weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass er dieses Jahr schon ins Champions League-Finale kommen könnte. Naja, wir versuchen das Ding zu holen. Wir gehen rein. Nicht zu verteidigen. Diese Scheiße mit diesem Pfeil nach oben. Es ist nicht zu verteidigen. Pedri 1-0 für den FC Barcelona. Gut gespielt. Schneider. Schneider direkt mit dem Ausgleich. Elfte Minute. Wir sind zurück. Direkt vor der Kurve. Der Allemannen. Lias Schneider. Unser Talent. Zum 1-zu-1. Van Dijk. Für Schlautraff. Und der Keeper ist draußen. Riesenchance eigentlich. Was ja nicht ins Ausgehen ist, ist auch witzig. Aber gut. Oh, Barcelona kommt. Was? Wofür? Van de Venen kriegt die gelbe Karte. Es gibt Elfmeter für den FC Barcelona. Wir gucken uns das an. Damit habe ich leider gar nichts zu tun gehabt. Sieht in der Wiederholung nochmal Elfmeter aus. Aber es ist bitter. Acevedo gegen Barros. Und der macht den rein. 2-zu-1. Barcelona. Ist immer gut fallen gelassen. Schlautraff. Sieht Wagner. Was ist das denn? Halbzeit. Es steht 2-zu-1 für den FC Barcelona bisher. Der sieht Schlautraff in der Mitte. Und der macht ihn nicht rein. Boah, was eine Chance. Jan Schlautraff. Jetzt haben wir ihn. Schlautraff. Gut für Braun. Der im richtigen Moment losläuft. Braun muss ihn machen. Braun macht ihn. Ausgleich. 64. Minute im Konter durch unseren Außenspieler namens Braun. Ich weiß seinen Vornamen nicht. Ich glaube, Ralf Braun. Wie jeder Name. Aber naja. Hat Acevedo. Den hat Acevedo nicht. Ey, Mann. Es ist nicht zu verteidigen. Diese Scheiße. Es fackt so. Ob manchmal. Ohne Spaß. Ben Asser, Junge. Lange Ball. Für den laufenden Schlautraff. Der das überragend macht. Und ihn reinmacht. Zum Ausgleich. 79. Minute. Jan Schlautraff. Traumtor. Jan Schlautraff. Das gibt es nicht. Was eine Gelegenheit. In der 94. Minute im Champions League Finale hat er so ein Tor. Auf den Füßen. Keine Ahnung. Und er macht es nicht. Scheiße. Schlautraff. Ecke nochmal. Wanne Willen. Und er lässt mich natürlich nicht nochmal schießen. Verlängerung im Champions League Finale gegen den FC Barcelona. Was ein Stress. Und was wäre das für eine Aktion gewesen von ihm hier. Von Jan fucking Schlautraff. Ja. Das war's. Es geht in. Die. Verlängerung der Verlängerung. Und zwar Elfmeterschießen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt habe ich auch ewig nicht gemacht. Aber. Muss. Leider sein. Ich habe gerade übrigens erstmal Hände gewaschen. Weil meine Hände so schwitzig sind. Ja. Das hier sind die besten Elfmeterschützen. Dann gehen wir so rein. Schlautraff nur eine 58. Hä? Hat gar keinen Sinn. Egal. Wir gehen rein. Und hoffen darauf, dass Barca schlecht ist. Barca verschießt auf jeden Fall schon mal den ersten. Van Dijk. Ein bisschen toll aufgeladen. Ja. Und ich verschieße auch. Na super. Bin er sehr. Und wieder ist Acevedo da. Und wir treffen das erste Mal Wagner. Mit dem ersten Treffer. Wow. Und Acevedo ist eine Maschine. Kamera. Kamera. Ich wollte gar nicht in die Mitte. Aber okay. Castro gegen Acevedo. Der bisher jeden Elfmeter pariert hat. Kann sich hier zum absoluten Helden machen. Und macht er auch. Denn das habe ich gesehen. Dass der dahin geht. Acevedo ist der Held. Dieses Elfmeterschießen fällt. Alle vier Elfmeter. Ich weiß nicht ob ich das jemals hatte. Bisher. Und wir gewinnen mit allem an der Aachen. Die Champions League. Jan Schlaudraff krönt also seine Karriere hier. Und wir krönen diese Sprint to Glory. Mit dem Champions League Titel für alle Maniaren. Den ich zum Beispiel für Lok Leipzig auch unbedingt irgendwann holen will. Logischerweise. Wer mehr von Regionalliga Karriere sehen möchte. Guckt gerne weiter auf meinem Kanal vorbei. Ich denke sowas werde ich auch in die Richtung mal mit dem FC Energie Cottbus machen. Und es gibt natürlich auch die Lok Leipzig Karriere. Wo wir versuchen RB Leipzig zu verdrängen. Und einen anderen Verein in Leipzig zu etablieren. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Hier erstmal die Trophäe die wir jetzt kriegen. Den Champions League Titel. Alle Maniaren kann feiern. Jan Schlaudraff kriegt den Henkelpott. Und reißt ihn in die Höhe. Hat sich echt krass entwickelt. Lässt sich übel heftig spielen. Aber hat wie gesagt gar nicht so die krassesten Statistiken gehabt immer. Egal. Das war's. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Haut ihr rein. Bis denne.